Ich dachte... Ach, ich hasse so Pärchen im Übrigen. Weißt du das? Das ist immer mega cool. Das ist überhaupt nicht sweet. Das ist... Level! Das ist der Kitchen-Tüten ohne Scheiß. Bravo, du hast die Welt-Fiesta und du musst los muertos freigeschaltig. Fiesta, nicht Fiesta. Fiesta de Mexicana a la vista a la vista, ich hab keine Ahnung von den Text. Fiesta de Mexicana. What the fuck? Also es gibt so Situationen, da bin ich wirklich sehr stolz, deine Freundin zu sein. Das war jetzt, genau jetzt, weil ich so schön happy bin mit dir. Ich hasse Pärchen. Ja, man wird immer das, was man am meisten hasst. Ja, scheinbar. Man will auch nie so werden wie die Älteren. Wie wird man? Immer wie die Älteren. Oh, please don't. Siehst du, siehst du, siehst du. Aha. Ich hoffe, nein, danke. Wieso nicht? Weil wir noch die Level weiterspielen wollen, die wir hier haben und das neue Welt freigeschaltet. Ach so. Ich hab die erste Genetitätsstufe erreicht. Ich hab die erste Genetitätsstufe erreicht. Dass die Songliquests nicht drin haben. Songliquests nicht an, weil das In-Game Musik hat. Fiesta, Fiesta Mexicana. Da, 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 da. Das kann ich auch nicht. Was denn das hier? Das sieht aus wie ein Bosskampf. Na dann mal ab geht's. Ich find, warte mal, kannst du mal kurz zurückgehen? Ich find die Tür so süß. Hau dir mal die Ärmchen der Tür an. Oh, die hab ich gar nicht gesehen. Oh, die Augen. Wie so ein Frosch, ne? Ja, wie so ein Riesenfrosch. Die Augen find ich dumm, aber die Ärmchen sind wirklich niedlich. Und wir haben ein neues Glücks los. So fühl ich mich beim Sport. Das trifft es unglaublich gut. Wie so jemand mit Stummelärmchen und Beinchen. Ich find, Raymond sieht immer aus, wie als Opa so... Du kannst doch auch nicht drauf springen, wenn ich das so mache, oder? Als Opa grad das erste Mal in seinem Leben Brüste sieht und sich freut. Guck mal, wie ich abgehe. Wie mein Charakter danst. Dance-Move hat er aber jetzt nicht mehr. Wobei, jetzt dance-Move ist immer anders. Kannst du mich jetzt irgendwie hauen? Nee, aber du kannst halt dann höher springen. Kannst dann höher springen. Kannst du mich nicht werfen? Nö, kann ich aber tragen. Oh, das ist immer das nächste Löffel gegangen. Sehr schön, ne? Bruchseilgarten. Haben wir hingekriegt? Wir sind hier richtige Profis. Wir hätten uns auch das Herzchen noch mitnehmen können. Wie das Herzchen? Das hinter uns geschwebt ist. Moment, was ist das denn? Kann pupsen. Rechte Trigger. Bei mir. Ach, da kann man springen. Da kann man doch rennen. Yay! Ich hab mich schon gewundert, dass es in einem Jump'n'Run-Plattformer kein Rennen gibt. Okay, jetzt wird das Ganze noch anspruchsvoller, wenn wir beide rennen können. Ich hab's in dem Fall schreit. Trigger gemacht. Ja. Trigger gemacht. Trigger gemacht. Ich hab's in der Falle in der Falle in Folge. Sprinten! Oh, zu weit. Aua, da hast du nie wieder gehauen dabei. Oh, guck mal, der Fall ist da unten. Oh, ich will ihn nicht ins Auge pieksten. Den haben wir ins Auge piekst. Ich will ihn immer mal nicht ins Auge pieksten. Max, wir müssen sie eigentlich nicht mitnehmen. Machst du doch. Ja, und sterb dabei. Ich danke dir von Herzen. Das liegt doch nicht an mir, dass du stirbst. Ach. Ha, da, da, da. Oh Gott, kriegen wir jetzt... Wir werden geklippt anscheinend. So sweet, magst du es nicht feucht. Wer ist dann in Mexikanern auch direkt geklippt? Siehst du, das musst du wenigstens... Ja. Hab ich das so meine Heide als... Du musst du wenigstens nicht mehr selber klippen, missmachen das andere für dich. Jupp. Die Viecher im Hintergrund sind alle so niedlich. Der Hase da. Den würde ich nicht als Kuscheltier wollen, aber dieser Maushasenverschnitt ist schon irgendwie witzig. Oh, 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 oh. Oh, nee. Ich bin reingefallen. Oh, 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 oh. Ich bin tot. Oh, 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 oh. Er kommt doch wieder her, Mann. Bin ich doch. Oh, ich dachte, ich wäre du. Platz da. Samstagabend um die Uhrzeit wirst du wohl kaum für die Arbeit programmieren. Du, mir ist tot. Nee, du bist nicht tot. Du bist tot. Nee, du bist nicht. Jetzt bin ich tot. Ich lenk sie ab, ich lenk sie ab, ich lenk sie ab. Jetzt Y drücken können. Du stehst doch auf Schläge. Aber nur wenn ich fett bin. Die Aussage ist so gut. Hier, äh, der Bot reicht. Mann, was ist denn los mit dir? Cool, hab gesprochen. Du würdest einfach alle unsere Freunde. Ich hab Y gedrückt. Ja, wow. Toll. Und mich auch gleich mit. Jetzt drücke ich nicht mehr Y. Hier gibt es noch ein Herzchen. Oder, nee, das ist nicht Herzchen. Huff. So, die haben wir eigentlich dehnt. Ich stehe so aufstelle. Ey, Mann. Du würdest echt aufpassen, was ich hier sage. In diesem Stream. So, und mit denen haben wir einfach so. Den machen wir nicht. Warum ist so untergesprochen? Wenn ich hoch bin. Ja, wenigstens Einsicht. Oh, das war, glaube ich. Nein, ich bin ein Idiot. Das war wieder zu früh. Da oben geht es noch weiter. Guck mal. Ja, ja, ja. Also. Aufmarsch. Können wir doch wirklich alles mitnehmen, ja? Sagst du? Ja, komm, wenn wir schon sehen, dass wir was nicht haben, dann ist blöd. Ich glaube, mir sind so Sachen gar nicht so wichtig. Bei einem Stream ist es nicht und Sounds kann man die Kanalpunkte aktuell nicht einlösen. Da programmier ich einen Bot. Ah, das ist nice. Du musst die Kanalpunkte mal auslesen bei jemandem. Nein, jetzt bin ich verwirrt. Die Kanalpunkte von Twitch kannst du aktuell nicht für Sounds und Bots benutzen. Ich bin übrigens gestorben. Hältiges Lumi, komm her. Warum kannst du das nicht? Weil die nicht ausgelesen werden konnten oder von Bots nicht ausgelesen werden bisher. Habs gefunden. Ich finde das gut, wir wussten ja, wo es ist. Oh, ich dachte, das wäre so. Ich fängst für mich ziemlich oft. Das ist ja auch schon passiert. Was? Ja. Niemals. Lügen, wenn. So. Ich bin hängen geblieben. Du musst, du musst, du musst hier. Ich bin auch hängen geblieben. Ich bin der Fallstehende. Ich find mich nicht mehr. Das hätte man besser machen können. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber gar nicht schwierig, weil ich habe ja zu spät gekattet. Da bin ich schon am kurzen Ende gewesen. Kann man das noch mal machen? Wie, wie? Nimm mal rein. Anne, mach mal deine Tür wieder auf. Wir müssen hier mal reingucken. Wir haben was vergessen. Anne, Mensch, Anne. Warum denn? Ich tot? I'm not solo by the way. Oh, ich bin tot. So meine Brust hat mich abgelenkt. Ich bin gestorben. Ja. Das PS. Ne, wir spielen auf dem PC. Ne, ich bin auf dem PC. Gern, Raymeneff habe ich so eine Playstation-Geschichte eigentlich, gell? Nö, das waren halt alle Ubisofts, alle Plattformen. Keine Ahnung, mal wieder. Oh! Da oben ist bestimmt noch irgendwas. Ne, aber hier unten ist noch was. Mann! Ich hab hier ein Geheimnis gefunden. Komm nicht mehr hoch, tut mir leid! Äh... Oh, jetzt müssen wir springen, dann nach links drehen und den hauen. Verstehst du das? Ja. Drei, zwei, eins... Äh, wir hätten vielleicht auch klären sollen, wer was macht. Beide, beides. Okay. Hallo, funktioniert. Juhu! Ah, Knutscher! Wer ist denn das jetzt? Das könnte ein Benjamin sein. Ich glaub, es ist ein Benjamin, der hat eine Krone auf. Wow! Wir haben alle erwischt diesmal. Na, immerhin. Wir haben alle. Wahrscheinlich jetzt nicht den Goldenen. Doch, doch! Aber das, was man das hier schon sieht, finde ich komisch. Wenn man jetzt die Auswertung kriegt. Du auch? Du kannst es ja auch beschleunigen. Aber will ich nicht. Ich will doch nicht sehen, dass ich geil bin und richtig fett und richtig... Super duper. Ey! Hör auf! Nö! Das beschleunigt. Du hast mir das brrrrrrrr nicht gelassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.